Na jetzt hat er mich. Ich hab die Kugel noch kommen sehen. Noch nicht. Den aber nicht mehr. Der ist nicht hier ran. Der ist hier hoch. Nein, der ist nicht hier ran. Doch. Nein, was sonst hätten wir ihn sehen. Sonst hätte ich ihn mir geholt, der wäre direkt auf mich zugelaufen. So, wo gehen wir hin? Da hin. Nimm die Munition! What the? Da ist er. So. Tot. Verlegen? Ja. Äh, nee. Wie, nee? Markus Harasa. Nö, ich verleg mich. Nawasaki. Wenn es Biolab fällt, gehen wir ins Biolab. Warum? Weil dann weniger sterbe, darum. Meinst du es nicht? Warum kann ich jetzt nicht spawn the ring? Da wieder einsatz machen. So, ich komm mit dem Harasa. Steig aber so bald wie möglich aus. Nimm Inchi. Ja, ich steig gleich wieder aus. Ne, Heavy ist auch gut. Jetzt kannst du mit Raketenwerfer hinten drin sitzen. Mhm, weil ich so lange überlebe immer. Ja, aber denk dran. So eine Klasse hat einen Nutzen. Das heißt, mit dem Heavy musst du auch schießen. Und mit dem Inchi muss man reparieren, wenn man hinten drin sitzt. Hast du zu, Markus? Ja, Markus. Sitzt drin, Kute? Ja. Ah, jetzt. Von mir warst du grad unsichtbar. Achso. Doch, 11, 21. Was, 21? 21 Tode. Ich hab 10. Und 15 Kills. Das ist behindert. Drei von mir. Drei von mir. Da oben. Wo? Ja, ich hab nur Markus einmal abdrücken lassen. Da kommt ein Flash. Oh. Ne, der fährt da noch. Tarnflash, Tarnflash, Tarnflash hinter uns. Wo denn? Wo denn? Tarnflash, aber der ist nicht unsichtbar, Köln. Doch, der ist unsichtbar. Ja, der Typ ist nicht unsichtbar bei mir. Oh, nur Flash. Wo ist der? Ja. Den nicht mehr, weil bei mir ist er unsichtbar. Das ist das Problem. Oh, ich bin tot. Der Weaver hat mich gefreut. Ne, das ist ein Backfoto. Ich weiß. Ja, ja, bei dir bin ich mir noch nicht so sicher. Hey, du, 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 du. Ich mach mal jetzt einen Account, dann nenn ich einen Weaver. Das ist geil. Die lieben dich alle. Da oben, Färter. Mich lieben eh alle euch hassen sie. Da, Flash. Äh, Harry, 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 Harry. Ich bin tot. Kommt einer. Oh, kommt sogar zwei. Der Durchschnitt. Der Durchschnitt, der revived mich. Das Footer on the way? Was war das für den Namen? Muss mir mal sagen. Wo ist der Harry denn hingefahren? Ich weiß noch. Er wollte wohl nicht mit uns fighten. Ja. Wollen wir da rein? Hä? Wir haben die Einrichtung nicht gekriegt. Ach. Ja, weil unsere Idioten wieder nur außenrum stehen. Scheißberg. Oh, da ist noch einer. Ja. Der hat einen Auraxium für Raketenwerfer. Unfair. Warum? Weil der rückst du ein bisschen stärker ist. Weil der rückst du ein bisschen stärker ist. Weil der rückst du ein bisschen stärker ist. Nein, der ist nicht stärker. Er ist genauso stark wie der Dezimator. Aber der hat richtig fiese Lichtreflexe. Oh, der Kind ist das. Oh, Mann. Oh, fuck. Das siehst du da nix mehr, selbst wenn er daneben schießt. Fuck off. Ist er eine Sani? Nö, ich glaube nicht von euch, oder? Wir sind Engie, so wie sie. Was gehört in einem Harasser? Wow. Scheiß auf. Hä? Und da oben? Äh, da, da. Okay, wenn er schießt, muss ich abdrehen immer. Zack. Um die Ecke und hoch. Oh, die überrennen uns gerade. Alarm. Glaubst du? Ja. Aber warum verweckt der dann mich? Weil der nicht drin ist. Tarnflash. Sonst würde er immer schießen. Ja, aber das Ding müsste eigentlich One-Shot gehen, ne? Das ist ja klar. Und treffen wir uns einen Treffer und das ist kaputt. Ja, ich treffe, Mann, dennoch. Ja, aber wenn du, aber dann müsste es so ein anderes Geschütz gewesen sein. Weil eigentlich ist es One-Shot. Ja, ich habe ja geschützt, stand da. Steht da. Ja, das Treffen kann ich nicht. Ist da hinten unsere Base, weil dann können wir da nochmal ammo mitnehmen. Da raucht irgendwas. Unsere, aber die wird eingenommen grad. Gut. Mann, der stirbt dann auch nicht. Ja, nicht gut, ist schlecht. Ach ja, schlecht. Trottel. Da oben steht ne Max. Habts gesehen. Oh, da oben steht viel. Ich glaube hier oben ist ein Sandra. Idiot, tötet mich. Der leichte. Scheiße. Äh, der wird sie viel machen. So, endlich. Na, jetzt hat er mich. Ich hab die Kugel noch kommen sehen, aber ne. Ach ja, dass der wieder kommt. Und du ihn kippst. Dankeschön. Und Achte. Mir verliert die hintendran wieder. Oh, jetzt kriege ich Props. Oh, jetzt kriege ich Props. Oh, shit, ja. Wir verlieren grad ziemlich viel auf E's an mir. Wir verlieren grad ziemlich viel auf E's an mir. Wow. Das hat gezogen. War so'n Fernlenkding, sie. Hups. Er braucht nen Pilot. Hups. Überfahren. Der hat mich schon wieder gesehen, dieser scheiß Spion. Vielleicht wird's jetzt hier leerer. Aber ich würd sagen, wir wechseln da jetzt nicht rüber. Naja. Bullshit. Schon wieder. Sieh mir sowieso. Vor allem, weil ich nicht so lang spiele. Ja eben. Boah, jetzt bewegt der sich der Arsch wieder. Boah, jetzt bewegt der sich der Arsch wieder. Boah, jetzt bewegt der sich der Arsch wieder. Nein. Das sollten wir noch kurz... ...einen Schuss noch nachmachen. Ja, er hat sich schon wieder überlebt, ey. Die Tyreser sind so verbuggt. Ist nicht mehr lustig. Ich bin selber trüber gefahren über den. Oh, shit. Jetzt hab ich den. Oh, Level 2er sogar. Mann, bin ich gut. What? Da? Noch einer. Töten Level 2er. Jetzt tötet mich wieder einer von denen. Scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, wo er ist. Lass mal hinter die Fahrt, schieß mal nicht. Da oben ist einer. Ja. Erst wenn die Feuer... Da ist der Sanderer. Aber der hat Einsatzschild. Kannst vergessen. Kriegst du nicht, Blatt? Nicht wenn hier so viele rumstehen. Yes. Am Level 100er überfahren. Oh, Sanderer. Oh, wir werden gelockert. Demjahr. Oh, wir werden gelockert. Max. Ja, ich hab' nicht gemerkt, dass sie auf dem Fahrzeug kommt. Das hätt' ich besser geguckt. Pfff. Jawohl, wieder ein Level 2er. Also, jetzt sind hier die richtige Broke-Game-Einberg von denen. Da wär's, ich kann auch schön Harasser machen, weil man da die ganze Brücke durchraven kann. Na, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Der Mutz. Aber, wir haben nur noch 3 Minuten. 2 Minuten, dann ist die Folgen auch vorbei und dann gehen wir offline. Ist das warm. Ist so warm, Mann. Aber auf jeden Fall hat der Aufnahmefluch wieder zugeschlagen. Ich bin ja grottenschlecht in der Aufnahme. Kann da eine Wärme liegen? Nö, weil ich bin ja gut. Bisch auch in der Sucht, die. Markus, wir sollten von der Bälse davor ziehen. Guck, schon wieder, ich lauf' dran vorbei. Ich seh' ihn nicht, meine Idiot. Der Typ hat nicht mal Damage bekommen, obwohl viele Leute auf den geballert haben. Er hat irgendwie... Fälle Schütze verloren oder so. Messe sind's Triumph. Was für'n Triumph? Base. Melles ist ein Triumph. Traverse wird doch angegriffen. Ja, wir nehmen dann Sanua. Wir sind eh fertig mit der Aufnahme von dem her. Und? Und die euch nehmen, was ihr wollt. Im Gegensatz zu Tietun halt effiziente Sachen. Hm, nicht ja, ich sterbe. Sehr effizient. Na, so hoch ist ein Leitning, wo mich bekämpft. Das ist natürlich ja bestämlich auch noch beim Abhauen. Ja, Minus End. Schon wieder. Das ist ein Cheater Harry. Mörderer. Meine auch. Meine Statistik. Äh, die haben so gelangert. 1,06 nochmal. Hab' gespielt. Wir haben eine Base-Eingriff, haben einfach irgendwie irgendwie... Irgendwie ganze Base drum irgendwie... Harasser mit Mörderer. Und die bannen einmal so auf und so. Ja, das ist richtig assi. Das ist so richtig schwul. Wir haben einen hinter uns. Ja. Oh, da ist ein Panzermäen. Oh, endlich Ei noch genommen. Ein Camper weg. Achtung. Da vorne. Ja, ja, mach weg. Oh, danke für den, der mich gerettet hat. Der kriegt ein fettes Logo in seine Akte. Okay, das wollte ich nicht, aber... Da war einer schneller. Oh, oh. Noch welche? Ich dachte, du hast gespottet. Habe ich auch, aber ich habe jetzt drei gefunden. Habe ich nicht die ganze Zeit Kuh, wenn wir fahren. Ja, doch. Weil du zerstörter bist, weil wir fahren und bumm. Ja, eben, aber du hättest weiter Kuh drücken müssen die ganze Zeit, dann hätten wir die gesehen. Ja, man als Kuh drücken kann ja nicht. Ja, nicht festhalten. Ja. Drücken, weiß ich schon gesagt. Drücken. Ja, wollen noch einen Kill. Also wir können jetzt nicht aufhören. Ich muss noch ein paar Kills machen. Ich mach grad Kills, Jungs. Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt kann man aufhören. So, Leute, das war's auch wieder für diese Aufnahme-Session. Ich bin schon wieder tot. Ich habe Minus 10. Das waren in den letzten drei Tagen, glaube ich, Minus 30 Kills. Aber naja, passiert noch so. Hey, jetzt bist du... Ich bin bei Minus 22. Wollt ihr auch noch was sagen? Ja. Ich bin positiv, Bitches. Gott, Markus. Läuft. Gott. Also bis zum Next. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü